Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die ich zu den vorherigen Folgen führt. Ihr schaut, ich habe mich versucht mal ein bisschen zu verbessern, was der Ton betrifft. Weil ich doch mitgekriegt habe, gerade bei großen Büchern, dass je weiter der Abstand wird, weil ich dann einmal hier lese und einmal da lese, verändert sich der Ton durch den Abstand. Mal sehen, ob das so besser wird. Bin ich mal sehr gespannt. Und dann blättern wir mal bis dahin. Wir sind ja sehr weit hinten. So, über 200. So. Ne, das nicht. Hier. Die erste Sage heute heißt Elisabeth. Auf der Wartburg hatte Meister Klingso in den Sternen gelesen, dass die neugeborene Tochter des Königs von Ungarn, die künftige Landgraf von Thüringen, vermehlt werden würde. Im Jahre 1211 sandte nun der weltberühmte Landgraf Hermann eine glänzende Gesandtschaft nach Ungarn, um seinen Sohn, jene Tochter Elisabeth, zur künftigen Gemahlin zu gewinnen. Fröhlich zogen die Booten zu Ross und Wagen und wurden unterwegs, durch welche Landschaft sie auch kamen, herrlich bewirtet. Als sie in Ungarn Land eintrafen, empfing ihm der König und die Königin sie liebreich, namentlich Andreas, ein guter, wohlgesinnter Mann. Die Königin schmückte ihr Töchterlein mit Gold und Silber zu der Reise, entsandte sie nach Thüringen in silberner Wiege mit silbernen Badewanne und goldenen Ringen, auch köstlichen Decken aus Purpur und Seide, Bettgewand, Kleinödien und allem Hausrat, dazu viel tausend Mark, Begabte, auch die Booten reichlich und ließ den Landgrafen Glück und Segen wünschen. Als Elisabeth in Thüringenland ankam, war sie vier, ihr Bräutigam elf Jahre alt. Sie wurde herzlich empfangen und auf die Wartburg gebracht. Da wurden die Kinder mit allem Fleiße erzogen, bis sie zu Jahren kamen. Von den Taten der frommen Landgräfin, ihrem Leide und seligen Ende wird viel Wunderbares erzählt. Elisabeth, ja Elisabeth oder vielmehr Elisabeth von Thüringen. Diese gute Frau wurde nur 24 Jahre alt und konnte dennoch in ihrer kurzen Zeit sehr viel Eindruck hinterlassen. Sie wird besonders als besonders fürs Fürsöcklich und fromm beschrieben und mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und soll auch eine gewisse Abneigung gegen den höfische Prunk an der Wartburg gehabt haben. Für meinen Teil kann ich da nur sagen, der Grat zwischen geschmackvoll und dekadent ist hauchdünn. Naja, jedenfalls möchte ich jetzt hier nicht ihre komplette Biografie ausrollen, denn das ist ziemlich lang. Darum nur so viel. Die Verehrung dieser Frau ging so weit, dass während der Aufbauung Stücke von den Tüchern, die ihr Gesicht bedeckten, abgerissen, ihr Haupthaar, ihre Nägel und sogar einen ihrer Finger abgeschnitten wurde. Soviel dazu. Machen wir weiter mit der nächsten Sage. Das Kind von Brabant Als Nacht des Landgrafen und Königs Heinrichs Tode, der thüringisch-hessische Mannesstamm des Herrscherhauses, erloschen war, entspann sich lange Zwiespalt und die Herrschaft, wodurch Hessen und Thüringen voneinander gegriffen wurden. Alle Hessen und auch viele Thüringer erklärten sich indes für Sophie, Tochter der Landgräfin Elisabeth, die mit einem Herzog von Brabant vermählt war und deren unmündiger Sohn sie als ihren Herrn anerkannten. Er hieß Heinrich das Kind oder das Kind von Brabant. Der Markgraf von Meißen aber machte auch Ansprüche auf das Land, weil er die Schwester Sohn König Heinrichs war und überfiel das Land mit Heeresmacht. Damals war allenthalben Krieg und Raub im Lande. Der Markgraf nahm schließlich Eisenach ein und ließ die Bürger huldigen. Ein Bürger namens Welsbeche huldigte aber nicht und behauptete, das Land dem Kinder von Brabant gehöre. Da ließen ihn die Meißner im Zorne von Waagbrüttfelsen in die Tiefe stürzen. Der vorlorene Mann rief aber noch im Fallen, Thüringen gehört dem Kind von Brabant. Sophie kam Barretta rauf nach Thüringen und hatte eine Unterredung mit den Markgrafen, dass er ihr das Land Thüringen herausgebe. Da antwortete der Fürst, gern, allerliebste Base, meine Hand soll dir und deinem Sohn offen sein. Als er so redete, trat sein Marschall Heldwig von Schlothem dazu, der zog den Markgrafen beiseite zu einer geheimen Unterredung und sagte zu ihm, Herr, was wollt ihr tun? Und wenn ihr selbst einen Fuß im Himmel und den anderen auf der Wartburg hättet, so solltet ihr den aus dem Himmel ziehen und zu jenem auf der Wartburg setzen. Da kehrte sich der Fürst wieder zu Sophie und sprach, Liebe Base, ich muss mich in diesen Sachen bedenken und zuvor den Rat meiner Getreuen hören. Er schied dann von ihr, ohne ihr zu Will fahren. Da ward die Landgrümpfe betrübt, weinte bitterlich, zog den Handschuh von ihrer Hand, warf ihn in die Luft und rief, Oh, du Feind aller Gerechtigkeit, nimm hin den Handschuh, samt den bösen Ratgebern! Da wurde der Handschuh weggeführt und nimmer gesehen. Seinen Ratgeber soll der Markgraf später übel gedankt haben. Sophie ging darauf nach Eisenach und begehrte Einlass, denn sie glaubte, die Liebeswerte ihrer Mutter wäre da noch in frischer Erinnerung. Aber die Bürger, die dem neuen Herrn schon gehuldigt hatten, verstatteten ihr den Eintritt nicht. Da nahm sie im Zaun eine Axt und hieb in das Gregontor, als ob das schwache Weib den Eintritt erzwingen wollte. Das Wahrzeichen sah man noch 200 Jahre danach im Eichenholze des Tores. Gleichwohl war all ihre Mühe vergebens. Hier steht nochmal was im Kleingedruckten. Es geht darüber nach, als nach des Landgrafen und König Heinrichs Tode. Heinrich Raspe, der Gegenkönig Vietrich II., der bei Ulm völlig geschlagen wurde und im Jahr 1247 auf die Wartburg starb. Der Sage nach behandelte er die Verwitwete Elisabeth sehr hart und tötete Hermann, ihren Sohn, durch Gift. Der thüringisch-hessische Erbfolgekrieg ging ganze 17 Jahre lang. In der Zeit hatte Sophie von Brabant ordentlich Game of Thrones für ihren Sohn betrieben. Aber um ehrlich zu sein, ich blick da nicht mehr durch. Ich meine, dieser verdammte Adel und ihre ständig gleichen Namen gehen mir total auf die Ketten. Du kannst keinen Meter weit spucken, irgendein Ludwig oder Heinrich zu treffen. Dementsprechend gehen bei mir die Schotten halb runter, sobald ich einen von diesen Namen lese. Das macht es mir etwas schwerer bei der Recherche. Aber so ist das nun mal. Naja. Weiter geht's. Die nächste Sage heißt Otto der Schütze Landgraf Heinrich der Eiserne zu Hessen, hatte zwei Söhne und eine Tochter. Heinrich, der älteste Sohn, sollte nach ihm das Land besitzen. Otto, den anderen, sandte er auf die Hoheschule, damit er dort studiere und ein Geistlicher würde. Otto hatte aber zum Geistlichenstande keine Lust, kaufte sich darum zwei schöne Pferde, nahm eine gute Rüstung aus des Vaters Waffenkammer, die er anlegte, nahm außerdem eine starke Ambrust und ritt heimlich davon. Nach mancher Irrfahrt erschien er an dem Hofe des Herzogs von Kleve, gab sich für einen Bogenschützen aus und begehrte Dienst. Dem Herzog behagte seine starke Gestalt umso mehr, als Otto sich als geübter Schütze erwies. Bald zeichnete ihn sein Herr aus und bevorzugte ihn vor den anderen Dienstleuten. Unterdessen starb Heinrich der Thronfolger und die Herzog von Braunschweig, der die Tochter des Landgrafen geheiratet hatte, machte sich Hoffnung auf Hessen, da er Otto verschollen war. Er konnte den Tod des alten Landgrafen gar nicht erwarten und benahm sich schon zum Verdrusse des Geletzteren wie dem ganzen Landes als künftiger, zukünftiger Herr. Unterdessen war Otto guter Dinge in Kleve, wo niemand von seiner hohen Herkunft wusste und hatte eine Neigung gefasst zu Elisabeth, der Herzogstochter. Einige Jahre waren so dahin gegangen. Da kam zufällig ein hessischer Edelmann, Heinrich von Homberg, auf seinen Durchreisen nach Kleve und besuchte den Herzog, den er von früheren Zeiten her gut kannte. Als er in die Burg eintritt, sah er Otto, erkannte ihn augenblicklich und stieg erfreut vom Pferde, um ihn als seinen künftigen Herrn zu begrüßen. Der Herzog, der am Fenster stand, wunderte sich nicht wenig darüber, dass der Fremde einen seiner Dienstmannen so auszeichnete, nahm den Gast auf die Seite und ließ sich von ihm die Gründe für sein Benehmen sagen. Zu seinem Erstaunen erfuhr er die ganze Wahrheit. Nun erwies er auch dem Schützen fürstliche Ehre und als dieser offen um Elisabeth ward, gab er ihm mit Freuden seine Zustimmung. Bald darauf wurde Hochzeit gehalten und Otto zog mit seinen Gemahlin und der Jubel des ganzen Hessenlandes in Marburg ein. Ja, hier frage ich mich erneut, wie solche Sagen überhaupt zustande kommen. Otto II. von Hessen oder auch Otto der Schütz lebte im 14. Jahrhundert, also von 1322 bis 1366. Doch die Sage geht auf das 16. Jahrhundert zurück. Das heißt, zwischen seinem Tod und der Sage liegen also mindestens 150, 140 Jahre. Die Sage hat natürlich einen wahren Kern. Er heiratete wirklich die Tochter des Herzoges von Kleve. Aber musste man dafür wirklich ihm einen Bruder an dichten, den es nie gab? Ja, ihr habt richtig gehört. Den diesen Heinrich in der Sage, den gibt es gar nicht. Der wurde frei erfunden. Naja, wie ihm auch sei. Sein plötzlicher Tod, also sein Tod kam so plötzlich, dass die Vermutung im Raum stand, dass er vergiftet worden war. Der Typ hatte keine Kinder, also weiter geht's. Die nächste Sage. Landgraf Philipp. Landgraf Philipp von Hessen pflegte gern unerkannt in seine Lande umherzuziehen und mit seinen Untertanen leutselig zu reden, damit er erführe, wie sich diese unter seiner Regierung fühlten. Einmal ritt er auf die Jagd, ging seinen Gefolge voraus und traf eine Bäuerin, die ein Gebund Leingarn auf den Kopf trug. Was tragt ihr da? Und wohin geht die Reise? Damit? Fragte er freundlich die Alte. Die Frau erkannte den Hohenherrn nicht, weil er einfach gekleidet war und erwiderte, Garn trage ich. Das will ich in die Stadt verkaufen, damit ich die Schatzung und die Steuer bezahlen kann, die der Landgraf hatte ausschreiben lassen. Das Garn brauche ich selber so nötig. Aber was hilft es? Der Landgraf muss es haben, damit er seinen Prunk und hofartigen Haushalt, seine faulen Waffenknechte und lustigen Jadgenossen bezahlen kann. Es sind böse Zeiten, lieber Junker. Und da sie nun einmal im Zuge war, klagte sie erbärmlich über die böse Zeiten, schimpfte und noch nicht schlecht auf den Landgrafen und die Steuerlast. Hm, wie viel beträgt denn die Steuerlast für euch? Fragte der Fürst, den die Unterregung sehr belustigte. Einen Ortsgulden, sagte sie. Da zog der Landgraf seinen Säckel, suchte nach einem Ortsgulden und schenkte ihm der Frau, damit sie die Steuer bezahlen konnte, ohne ihr Garn verkaufen zu müssen. Lohnt's euch Gott, lieber Junker, rief das Weib. Ich wollte, der Landgraf hätte das Geld glühend auf seinem Herzen. Der leutselige Fürst ließ die Bäuerin ruhig ihres Weges ziehen, kehrte sich dann gegen sein Gesinde, umsprach mit lachendem Munde, Schaut doch, den wunderlichen Handel, den bösen Wunsch habe ich mir mit meinem eigenen Geld gekauft. Ein andermal ritt er wieder über Land, trug eine Eisenkappe und eiserne Rüstung und sein Gefolge war gleichfalls bewaffnet. Da erhob sich ein Gewitter und ein Blitz schlug unmittelbar vor dem Landgraf in eine Eiche, die dadurch zersplittert wurde. Der Fürst war eine Zeit lang betäubt von dem Schlage. Da eilten seine Diener besorgt herbei und fragten, Seid ihr verletzt, gnädiger Herr? Da antwortete Philipp, Was heißt hier mich, gnädiger Herr? Dort oben wohnt der gnädige Herr und er ging mit dem Wetter gnädig an mir vorüber. Eine Zeit lang war der Landgraf Philipp Gefangener des Kaisers. Mittlerweile überschwemmte Kriegsvolk seine Länder und schleifte seine Festungen ausgenommen Ziegenhain. Darin lag Heinz von Lüder, hielt seinen Herrn recht treue und wollte die Feste um keinen Preis übergegen, sondern halten, solange es möglich wäre. Als der Landgraf endlich losgelassen wurde, verlangte der erzirnte Kaiser von ihm, dass er diesen hartnicken Heinz von Lüder unter dem Ziegenhainer Tor in Ketten aufhängen lasse und damit dieser grausame Strafgericht auch pünktlich verzogen werde, wurde ein kaiserlicher Abgesandter als Augenzeuge dahingeschickt. Als Philipp nun in Ziegenhain eintraf, nahm er eine goldene Kette und ließ seinen obersten daran aufhängen, ohne ihn jedoch wehzutun. Gleich darauf befahl er ihn aber abzuhängen, schenkte ihm die goldene Kette und überhäufte ihn mit Lobpreisen, Erlobsprüchen wegen seiner Tapferkeit angesichts des ganzen Hofes, des Ritterschafts und der kaiserlichen Gesandten. Alle freuten sich über die Ausführung des Urteils und lobten die Handlungsweise des Landgrafen, nur der Kaiser bote nicht, der behauptete, dass seine Herrenmeinung nicht verstanden sei. Aber der Fürst erklärte ihm, berichte getrost, kaiserliche Majestät, dass ich seinen Befehl dem Worte nach befolgt und gehalten habe, was ich versprochen. Das kostbare Kleinröte ist bei dem lüdelischen Geschlecht in Ehren gehalten und aufbewahrt worden. Später aber, nach dem Erlöschen des Mannesstammes, an das Adelige Haus Schenk zu Wilmerode gekommen. Landgraf Philipp, ja, Landgraf I. von Hessen, hatte auch einen Beinamen, nämlich der Großzügige, aber nicht in dem Sinne, dass er selbstlos und großherzig war, sondern wegen seiner Kühnheit und Tatkraft. Und hier habe ich sogar noch ein Bild von ihm, von seiner in der Sage genannten Rüstung, habe ich mal gefunden. Zum Thema Festung. Das Schleifen von einer Festung bedeutet, dass man sie mehr oder weniger unbrauchbar macht. Dabei werden die Verteidigungsanlagen, wie zum Beispiel Mauern und Türme zerstört, um den Gegner zu schwächen und im Falle eines erneuten Streits die Fähigkeit zur Abwehr zu nehmen. Dieses Schicksal ereilte der Festung von Ziegenhain nicht. Der Grund dafür war aber nicht der tapfere Heinz von Lüder, sondern gründet auf die Tatsache, dass der Kaiser Karl V. es einfach nicht angeordnet hatte. Nichtsdestotrotz, 1807, also gute 250 Jahre später, nachdem Napoleon sie in die Griffel bekam, wurde ihm genau das nachgeholt. Inwieweit das allerdings noch sinnvoll war, weiß ich nicht, denn zu dem Zeitpunkt waren moderne Kanonen ja sowieso schon Festungsbrecher schlechthin. Naja, heute sehen die Überreste der Festung so aus. Würde mich nicht wundern, wenn es dort ein eiljährliches Wettschwimmen gäbe. Bietet sich auf jeden Fall an. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020